Chai hat wieder einen neuen Ziehsohn hier. Schau, der hat wieder ein Baby gefunden, das hat auf groß gezogen. Jetzt füttert das. Würmer sind lecker, gell? Ja, he likes the worm. Mh, lecker, lecker, gell? Ein Heckenkuckuck, ne? Schönes Tier. Oh, der freut sich jetzt natürlich über die Würmer hier, da gibt es jetzt richtig Würmer. Also mit Tieren kennt er sich aus der Chai und mit dem Dschungel, da hat er echt Ahnung. Gell? Hast du von mir Angst? Komm mal her. Ja, he don't like me, no problem, he knows you. Huh? Hm? No, he know him, of course he's a little bit suspicious when he sees me. Schöner Keil bist du, gell? Ein schöner Vogel bist du, hm? Hm? Du willst nur ein paar Würmer essen? I think, Chai, he want to have more Wurm, da? Den Baum gefällt es dir, du bist ja ein Heckenkuckuck, ne? Ja. Schau mal, da kriegst du noch einen Wurm. Oh, runtergefallen der Wurm. Hm, still der Baby, ne? Sagen wir mal, zwei Monate ist der alte Kleine, hm? Schauen wir mal, ob das unser Koposnussvogel bleibt und ob er immer wieder zurückgeht, also wir wollen ihn ja nicht einstellen. Ja, du hast Hunger, gell? Du hast Hunger, du Kleiner, hm? Schöner Heckenkuckuck, gell? So, das ist unser Heckenkuckuckuck, ich hoffe, dass der uns ein bisschen länger erhalten bleibt. Der andere damals flog ja leider in den, äh, in den, äh, Padlom, in den Ventilator. Da muss ich mir jetzt vielleicht doch noch was machen, dass er den Ventilator weg macht. Den da vorne. Da, das ist der Töter hier. Da hat sich der Cowboy, falls ihr das Video seht, Cowboy, weiß noch, wie hier noch die Bar war, wie ihr beim Tanzen den Finger fast abkackt hättest. Das war auch schön. Leider haben wir da kein Video davon. Es ist 10 Uhr. Wir sind noch zwei Leute hier in der Kokosnuss. Die Polizei ist angedrückt. Die Polizei ist angerückt. Ich weiß jetzt nicht, warum. Aber ich vermute mal, die gehen jetzt wieder. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Danke. Super. Give me five. Yeah.